Lädchen, wie schön dich zu sehen. Frau Dr. Odenthal ist pensioniert. Ich habe Entzugserschein. Woran arbeitest du denn gerade schön? Das wiederum ist nicht so appetitlich. Lebendig verbrennt? Das ist aber doch sehr spektakulär. Ich möchte nicht, dass du dich einlöscht. Versprochen? Versprochen. Der Tod meines Großvaters war kein Unfall. Er ist beseitigt worden. Ein gewaltsamer Tod. Acht Stiche. Mord. Geht's nicht ein bisschen kleiner? Was ist mit Rache? Er hat sie nur schikaniert. Ein Opfer von 96 Jahren. Jede Menge Zeit, sich Feinde zu schaffen. Er hatte einen überraschenden Besuch von einer Frau Doktor. Sie sah aus wie ein Engel. Sie waren Staatsanwältin. Ich war eine berüchtigte Staatsanwältin. Lass deinen Drachen steigen, Fritz. Medizinische Wirkstofflaster. 15 Stück. Wir haben was übersehen. Wir haben was übersehen. Wir haben was übersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020